Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von dem Let's Play von Naruto Shippuden Ultimate Genier 5. Oh, ist das letzte Mal stehen geblieben, als wir dieses Gelaber hier. Ja, wir machen das einfach jetzt mal weiter. Ich werde gar nicht groß labern. Okay, weiter geht's. Na, Ch-Chio-Sama? Also, Ebi-Zo-Sama? Omae-Tach-Wa-Keybi-O-Kata-Me-Yo. Ima-No-Kon-Lan-Sita-Sato-Wa-Suna-Yori-Mo-Moro-I-De-Na. Aber dann… Was? mountain cäme, eh? Soh-Azura-Mohi-Jist力車-zoroi-Nano-Jaw-Fluch? Sow-Soh-Ki-Ken-Na-Meh-Ni-Wa-A-U-Mai-Te. Hmm? At? Ah-Ah! Oh! à yats! This white substance! Kakashi-Sensei is trying to break up the whole cow! It's beautiful... This white substance, you... ...and I'll end up Werner's son. I will end up today, God! Ja, ich bin... Das ist nicht so gut! Hey, meine Frau... Schau mal an. Es ist gut, aber... das ist nicht so schlecht. Huh? Oh, wasser? Naan-te na... Bok-ke-ta-furi... Naan-te-ba-yo... ...kono-baa-chan... Do you... What? And the two, you ...educated silence keluar seconds. I can't wait to talk about these people here. What could happen without them? Ich bin der Fall von ihnen zurückgekehrt! Aber... Herr Herr... Ich habe mich sehr, sehr schönes Kind für dich, sehr schönes Kind zu haben, weil ich nicht so schönes Kind... Kind? ... Wenn ich mich nicht mehr überrasch, dann muss ich mich nicht mehr überrasch sein. Aber es ist doch egal, dass ich mich nicht mehr überraschst. Soll ich nicht mehr, wenn ich mich nicht mehr überraschst, dann werde ich mich nicht mehr überraschst. Du kannst jetzt Oma Chiyo Taiyutsu im freien Kampf benutzen. Na toll, eine Oma benutzen. Wie super klasse. Und heute bin ich wieder ein Stückchen an eine Oma herangekommen, nee, beziehungsweise an einen Opa. Kaka-Sihara. Kaka-Sihara. Einarzt ab万 pearl aufWatch. Der Punkt Sound. curtain sound. Kaka-Sihara. Ich bin ein paar Tage lang! Nein, Kai-Sensei! Ich bin ein paar Tage lang! Ich bin ein paar Tage lang! So eine solche Nöte machen, dann bitte nicht mehr. Ich bin alle, aus dem Karten! Ich bin alle. Oh man, oh man, oh man. Viel Gelaber, kaum Gameplay, mhm, Mörder. Omachiho hat sich dein Team angeschlossen. Okay, Leute. Endlich Ende mit diesem ganzen Gelaber. Und wir haben zeitlich jetzt nur noch 7 Minuten und 50. Na gut. Dann machen wir jetzt mal weiter. Guck mal, was wir in den Kieschen finden. Wir brauchen ein paar Sachen. Oh, bleib weg. Bleib weg von mir. Bleib weg. Ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Hier geht's zu meiner Mami. Laufen, Leute. Laufen, laufen. Wie ihr seht, druggelt das auch nicht mehr. Obwohl wir jetzt zwei Teamkameraden dabei haben. Das ist schon besser. Ja, das Ganze ein bisschen optimiert. Ein Emolat einzustellen ist nicht so einfach. Wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr mir gerne schreiben. Aber wie gesagt, ich benutze. Ich werde nicht euch das ganze Ding einstellen. Ihr müsst euch schon ein bisschen Eigeninitiative zeigen. Wenn, wer will, der kann auch. Die Windwüste. Okay, ein Reißschwiebel. Na gut. Ab in die Windwüste. Zehn Minuten Zeit noch. Okay. Das ist ein Safe Point. Das ist schon mal ganz gut. Gehen will man natürlich nicht drauf. So. Speichern wir. Ich hoffe, euch gefällt dieses Let's Play immer noch. Obwohl hier lange Zeit lang davon nichts war. Aber dafür jetzt direkt zwei Teile. Und das ist einfach der neuen, besten Qualität. Und nahezu ruckelfrei. Okay, wir müssen jetzt lang. Das ist eine gute Frage. Gute Frage. Windwald. Ah ja, genau. Wir müssen ja in das andere Reich. Genau. Wir müssen hier lang. Oder? Nein. Oh, wie idiot. War ich das so lange schnell gespielt? Was ist das doof? Wir müssen nämlich da hinten lang. Da hinter. Oh. Fuck. Wir müssen so schwem Yoga hide des. So, ich glaube. So, ich denke. Ich liebe es das. Nein. Ich werde es tun. Na... Ich würde es sagen! Was ich sonst so machen? Ich hätte mich ein theinhalb des reallyen 98. Ich werde ich auch nicht zufrieden. Ich werde mich sogar sehr krank. Ich werde die Garlack-Garack-Garack-Garack-Garack-Garack-Garack-Garack-Garack-Garack-Garack-Garack-Garack-Garack-Garack. Das ist dann, wenn man immer wieder aufhörtert ist. Wenn man sich疲lt hat, dann kann man sich nicht mehr überlegen. Du wirst auch schon wissen, Naruto. Naruto? Ich weiß nicht, was du? Das war's. Ich denke, ich denke, es ist sehr stark. Ich denke, es ist ein Fisch. Geht es gut! Geht es gut! Na, begin! Spannende Musik Das war's für heute. Ich will das jetzt bei leider an dieser Stelle jetzt beenden, leider hat das Video gerade geruckelt. Naja, ich werde es nachschneiden, also nach wieder einfügen, egal. Ich komme jetzt zum Ende, ich hoffe es hat uns Spaß gemacht das Video anzuschauen und wünsche euch noch viel Spaß und ein schönes langes Wochenende. Macht's gut Leute, bleibt sauber, ciao!